Ich hatte das Glück, eine Woche vor dem Kernkraftunfall in Fukushima eine Führung mitmachen zu können durch das Kernkraftwerk Emsland. Das war sehr interessant, weil ich da gesehen habe, erklärt bekommen habe, wie so ein Kernkraftwerk eigentlich funktioniert. Das war dann doch nochmal eine ganz neue Erfahrung und ich war beeindruckt von den Sicherheitseinrichtungen, die dort im Kernkraftwerk implementiert sind. Und konnte dann auch das, was in Fukushima eine Woche später geschah, konnte ich viel besser verstehen, von der Physik her und auch von der Verfahrenstechnik her. Und ich habe dann schnell erkannt, das, was dort wirklich passiert und das, was die Medien in Deutschland darüber berichten, das sind zwei verschiedene Welten.